Hallo zusammen, im letzten Video habe ich es angekündigt, jetzt hatte ich schon fast vergessen zu filmen. Ich bin schon ziemlich weit im Geschäft, die Schwalbe für einen Arbeitskollegen und seine Farbwahl, sie ist sehr, sehr speziell. Also er möchte das Schwarz mit Mintgrün haben. Ja, er kriegt es, er ist mein Arbeitskollege. Ganz ehrlich, ich, ich, nee, ich hätte das, sowas hätte ich nie gebaut. Na ja, ich musste am Rahmen ein bisschen schweißen, also die Ständeraufnahme war weg, da gab es einmal ein neues Rohr rein. Und dann hatten die hier, man sieht es noch, mehr Licht, hatten die hier einen Seitenständer angeschweißt, hier zum Rahmen hin. Und das Ding war gar nicht dabei, das habe ich ja da selber jetzt wieder herzugeholt. Das ist dann wieder rausgeflext und, naja, die Schrottschweißnähte mit meinen Schrottschweißnähten, es hält auf jeden Fall, sieht nicht hübsch aus. Naja, es wird gehen. Und dann habe ich das hier alles immer, also rahmenmäßig in glänzend getaucht, wegen Putzen und, also eine Rauboberfläche lässt sich nie so gut putzen wie eine glatte, also glänzend. Und die schwingen aber, wenn man es sieht, die sind seidenmatt, ja, vorne auch. Und dann hängt hier gerade der ganze Kladderadatsch für die Vorderbremse, alles schwarzmatt. Und hinten der Knochen und das ist die Hinterbremse und da wird, das wird die Vorderbremse zusammen, weil eigentlich wollte ich heute den Motor einbauen. Wie soll ich das sagen, er hat das Fahrzeug gekauft, ja, das wird funktionieren und so und dann habe ich das heute mal, ja, Öl abgelassen, war auch genug drin, wunderbar. Also viel zu viel eigentlich. So, und dann 63er, alles schön und gut. Aber warum bitte macht man denn hier sowas? Warum macht man sowas da rein? Gottes Moses. Die Steuerzeit total im Eimer, das sind 14 Millimeter, habe ich grob gemessen. Die Steuerzeit 14 Millimeter ausgefeilt. Warum macht man das? Ich weiß es nie. So, Punkt um. Ich habe noch einen gebrauchten Zylinder da, all matt natürlich, aber ihr guckt euch einen Kolben an. Nur an dieser ebenen Stelle war er ein bisschen schwarz. Der sieht noch gut aus, der hat auch kaum Spiel in der Buchse, also das ist wirklich noch frisch. Nur keine Kolbenringe. Habe ich jetzt quasi Kolbenringe bestellt und dann wird das wieder ein 50er. Und fertig. Weil ich muss mit dem Ding, es hat keine Papiere, werden wir zum TÜV gehen. Ja, TÜV Nord ist bei uns zuständig. Und wir machen, ihr seht es ja, eine Tieferlegung. Die wollen wir auch eingetragen haben. Wir legen das Fahrzeug um zwei, also um 25 Millimeter tiefer, vorne wie hinten. Dann eine kurze Sitzbank. Ein Mann Betrieb wird eingetragen. Und dann 50 Kubik, ne, Standard 60 kmh. Dann ist er schon mal auf einer ganz sicheren Seite mit dem Geschoss. Wenn er mal in eine Verkehrskontrolle kommt, weil es ist, Tieferlegung ist eingetragen. Ein Mann Betrieb ist eingetragen. Da gibt es ja nicht viel rum zu diskutieren. Wie gesagt, und da liegt Packung mit Warpe. Man sieht es, ne. Kommt eine Warpe rein komplett. Und vielleicht mache ich dann noch dieses, 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 gibt es ja jetzt, wer war denn das? Zweitakt wie gerade hat er es vorgestellt. Unter anderem dieses neue Lüfterrad für die, für die Gebläse-Motoren. Was so einen Heulenton macht. Ich glaube, das kriegt er auch noch. Als Gimmick, als Gag. Na, so. In echt sieht die Farbe noch viel heller aus. Also das sieht hier zu grün aus. Das, das kommt nie rüber auf dem Handy. Und in der Sonne, es soll, es soll sogar eine Porsche-Farbe sein. Also irgendein Porsche-Mintgrün. Er hat mir die Nummer gesagt mal. Äh, mir tut das einfach nur weh in die Augen. Aber er will es haben. Und dann kriegt er das, ne. So. Wie gesagt, jetzt warte ich wieder auf die nächsten Ersatzteile, dass ich den Motor zusammenschrubbeln kann. Also, habe ich heute bestellt. Quasi neue Kolbenringe. Für den Kollegen da oben. Der kommt dann da drauf. Sind wir wieder bei 50 Kubik. Da sind wir da auch schon wieder im legalen Bereich. Weil wir ja zum TÜV müssen. Neue Kupplungsfedern. Und dann hoffe ich, dass an dem Motor ansonsten nichts ist. Ansonsten, ja. Preisschraube, ne. So. Naja. Gut. Da wisst ihr schon mal, was wir machen. So in etwa. Wie es aussehen wird. Und hier, das ist ja auch schon wieder. Naja, der Klassiker. Man sieht es überhaupt nicht. Ein Krümmerrohr angeschweißt hier. Das man, und da kommt auch ein Sportlochfilterpilz hin. Also, ist den Ansaugweg verkürzt. Und da wird der 50er schon gut toben. Und wenn er das nie macht, dann muss ich den Zylinder nochmal ziehen. Und dann nochmal ein bisschen an Kolben-Tuning machen. Und fertig. Und dann ist der gut. Aber alles nach dem TÜV. Ne. Dass das so schön fluffig. Ist ja ein Ein-Mann-Betrieb. Also, das wird schon 65, 70 wird das schon laufen. Und dann ist auch gut. Das reicht ja auch für so eine alte Dame. Deshalb aber auch vorne dann außenliegende Bremshebel. Damit man ordentlich anhalten kann. Gut. Ich melde mich, wenn alles wieder zusammen ist. Und vielleicht getüft. Mal sehen, wann ich das nächste Video mache. Tschüss.